Musik Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, das ist schon die dritte Runde im Anschluss, die ich aufnehme und es geht los und es geht los und... Hä? Hä? Was hier spackt irgendwie total rum oder? Hä? Was spiele ich jetzt eigentlich meinen? Eigentlich wollte ich Terminus spielen, aber hä? WTF? Aber anscheinend spiele ich doch meinen Mafia. Okay. Dann wollen wir uns mal irgendwo noch eine Kiste gönnen. Einmal ein Holzschwert. Das ist doch schon mal etwas. Nicht das Schlechteste? Okay, ich hab sie bekommen. Stark, mein Freund. Das ist ein Steinschwert. Ich hätte auch gerne noch ein Steinschwert, aber immerhin hab ich noch einen Bogen bekommen. Okay. Gut, es geht los und... Was bin ich? Oh Mann. Jetzt muss ich hier wieder E drücken. Ne. Enter drücken und dann hier im Chat hochscrollen. Ich bin schon wieder meiner. Gut. Gut. Wo ist denn der Tester? Ach, da ist der Tester. So, irgendjemand sollte jemand... So. Ich hab' gedrückt. Ich will aber auf... Ich will den Tester. Komm schon. Okay. Okay, lol. Ach, da sind meine Pfeile. Okay. Mal schauen. Hier muss doch mal ein Kommissar hinkommen, oder? So, mal schauen. So. So. Irgendwie kann ich den Tester nicht betreten. So. Ich will auch. Ich will mal ich. So. Findijer hat den Tester betreten. Komm schon. Ich darf doch wieder raus, ja. Ich doch. So, jetzt hab' ich den Tester betreten. So. Gut. Mal schauen. Wie das jetzt hier so weitergeht. Rumpelstilzochen hat den Tester betreten. Okay. Darf er wieder raus, ja. Sock hat den Tester betreten. Sehr schön. Wir passen jetzt hier auf. Okay. 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 Okay, ist auch gut. Sind alle zufrieden hier? So. In deine Phrase, wenn du jetzt da nicht hingehst. Okay. Gut. Wer könnte denn Mafiose sein? Ich hab' gar nicht, ich hab' gar keinen Plan, wenn noch alles... WTF! WTF! Ich hab' doch getestet! 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 WTF! kotzt doch an komm schon ja wenigstens stein schwer noch bekommen mal so ich habe doch schon getestet um mann lalalala lala 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 sag ich doch mann ich habe mich einfach random an ich war schon im tester mann so ihr weiß ich war ich gehe dich doch nicht du warst doch auch im tester mein freund mann in der mich jetzt gilt dann ich weiß auch nicht weiter ich weiß auch nicht weiter okay wo sind eigentlich ganzen leute hey das leben ja auch nur noch vier das heißt freak freak hat getestet den habe ich noch nicht felix wird das free gamer okay so okay gut der will mich nicht töten ist gut finde ich korrekt von dir ja ich das war ganz stark wie eh und je habe ich hier war ich ganz stark dabei und diese runde ist ja mega langweilig auch wieder weil ich nichts zustande bekomme aber okay vtf kranker shit hey ich gehe halt auch noch mal in den tester oh man dann haben es endlich mal alle gesehen haben es endlich mal alle gesehen dass ich nicht böse bin ich bin ich bin jetzt schon zum vierten mal oder dritten mal in diesem blöden tester gewesen das haben jetzt alle mitbekommen hoffe ich mal btf warum fag das war ein creeper feile das noch eine kiste vielleicht ist da ja noch was besseres drin fuck fuck was WTF, was hat ihr denn für Monsterfeile ok ich würde sagen, das war es auch für diese Runde und ciao